Es gibt bestimmte Anzeichen und Verhaltensweisen bei Katzen, die auf potenzielle Krankheiten hinweisen können und vom Dosenöffner keinesfalls ignoriert werden sollten. Diese Warnsignale können frühzeitig auf gesundheitliche Probleme hinweisen und eine rechtzeitige tierärztliche Untersuchung ermöglichen. Nummer 1 Veränderungen im Fressverhalten Wenn deine Katze plötzlich den Appetit verliert oder umgekehrt übermäßig viel frisst, könnte dies auf eine ernsthafte gesundheitliche Störung hinweisen. Gewichtsverlust oder Zunahme ohne erkennbaren Grund sollte nicht unterschätzt werden. Nummer 2 Auffälliges Trinkverhalten Verändert sich das Trinkverhalten deiner Katze signifikant, beispielsweise durch vermehrten Durst, könnte das auf Probleme mit den Nieren oder dem Harntrakt hindeuten. Dies erfordert eine genaue Untersuchung durch einen Tierarzt. Nummer 3 Ungewöhnliche Verhaltensänderungen Katzen sind Gewohnheitstiere. Plötzliche und drastische Verhaltensänderungen wie Aggressivität, Rückzug oder übermäßiges Schlafbedürfnis könnten Anzeichen von Schmerzen oder Stress sein. Nummer 4 Atemprobleme Schwierigkeiten beim Atmen, Keuchen oder röchelnde Geräusche sollten nicht ignoriert werden. Atemprobleme können auf Herz- oder Atemwegserkrankungen hinweisen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Nummer 5 Erbrechen oder Durchfall Gelegentliches Erbrechen kann bei Katzen normal sein, aber anhaltendes oder wiederholtes Erbrechen sowie Durchfall können auf verschiedene gesundheitliche Probleme wie Verdauungsstörung oder Infektion hinweisen. Nummer 6 Ungewöhnlicher Geruch Ein unangenehmer Geruch aus dem Maul, den Ohren oder anderen Körperregionen kann auf Zahnprobleme, Ohrenentzündung oder Hautinfektion hindeuten. Nummer 7 Harnprobleme Schwierigkeiten beim Urinieren, Blut im Urin oder vermehrtes Lecken der Genitalregion können Anzeichen von Harnwegsproblemen oder Blasenentzündungen sein. Und Nummer 8 Augenprobleme Trübe Augen, vermehrter Tränenfluss oder plötzliche Veränderungen in der Augenfarbe könnten auf Augeninfektion, Verletzungen oder andere Augenprobleme hinweisen. Diese Anzeichen sind keine endgültige Diagnose, sondern Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmen könnte. Im Zweifelsfall sollte immer ein Tierarzt aufgesucht werden, um die Gesundheit deiner Katze zu gewährleisten. Ignorieren dieser Warnsignale kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen und die Lebensqualität der Katze beeinträchtigen. Weißt du eigentlich, woran du erkennst, dass deine Katze einsam ist? Schau dir jetzt das Video an, was du an dieser Stelle im Bild siehst. Vergiss auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video verpasst.